Wer hat die Granate gewonnen? Ich. Wer hat das in der ersten Aufnahme geschafft und wer hat mich da auch... Ich fahr das Motorrad. So und ja, wir warten dann halt jetzt die nächsten Mission hier und ab jetzt ab wieder in die Rollen. Ja. Ich versuche es aber an Fahrzeug. Mario. Eigentlich wieder hoch? Genau, stimmt. Das ist der Wacht, der das Fahrzeug in die Luft beschränkt hat. Genau. Ist das ein Rebellenfahrzeug? Ist eh, glaube ich, nur ein Zwei-Sitzer, aber macht nichts. Ist es? Mist. Verdammt. Na komm, wir wandern, bis wir ein neues Auto finden. Ist sowieso die richtige Richtung. Lass uns gehen. Wieso denn hin? Da, wo wir gerade hingehen. Ja. Nicht zu den Lama. Ein kleines... Ein kleines Fußmarsch. Ich komm zurück, ne? Sobald ich einen Viersitzer hab. Okay. Ja. Ich mach das. Ich hab den Viersitzer. Was da hinten? Wo bist du denn ganz hingelaufen? Komm, so ein bisschen frische Luft und ein bisschen Joggen. Das tut der Figur ganz gut. Ja, meine Wachen sind zu schwer. Ich mach das lieber etwas langsamer. Wow. So. Beschwer dich nicht mit deinem Marschgepäck. Das muss man schaffen. Wollen wir den Sunny fahren lassen? So, ich hab uns so einen schönen Ford Focus geholt. Bring uns mal zu uns. Das ist eigentlich bevor, da... Da kommt er ja schon. Da kommt er schon entgegen. Alter! Das war's mit dem Auto. Das geht ja gut los. So. Kann der Sunny fahren? Oh. Wollt ihr das wirklich? Ich bin mir nicht sicher, aber ist mir egal. Ich hab keinen Wagen in diese, äh, heute hochgejagt. Wollen wir ab? Das geht doch schon. Das kommt doch. Am Ende der Straße nach links abbiegen. Am Ende der Straße? Okay. Nicht am Ende des Ganges. Genau. Jetzt? Ah. Na, was habt ihr denn so in der kleinen Zwischenhaus getrieben? Ich hab euch irgendwie aus den Augen verloren. Als ich da ins Haus reingewenden bin, wollt ihr auf einmal alle... Oh scheiße! Erstmal ausprobieren. Ich hab mal ein paar Schüsse tun gemacht. Und dabei nicht getroffen. Vielleicht nach rechts? Äh... Bei den Ludwungsersätzen hab ich ja wohl ein bisschen mehr getroffen, was du denkst. Naja, zumindest mehr als unser Sunny töte. Äh... Ich muss nichts retten. Töten, ich muss nur retten. Ich muss nichts retten. Töten, Leute. Ja, genau. Ich glaub nicht, dass wir uns retten sollen Sunny nur. Mann, Mann. Mann, unser Sunny... Was zu? Ja. Ich glaube, da war Endo. Silvester? Ähm... Feuerwerk? Das klang wie bis in die Raketen. Ne, aber unser Sunny ist ja der reiste Pazifist. Jaja. Ich schieße nicht, ich schieße nicht. Mach wenigst. Spazier. Das ist das schöne, saftige Grün. Ist das nicht wunderbar? Naja. Wieder nach links? Es ist wenigstens mal ne Abwechslung. Also, als ich das letzte Mal ne Straßenkarte gefunden habe von Bolivien, gibt es hier wohl sehr viele Gebiete, die unterschiedlicher... Äh... Was war das denn? Kopfschmerzenanfall oder was? Lass uns hier mal anhalten. Ähm, das sieht mir nach Hochsicherheitsbiet aus. Genau da müssen wir rein. Oh Gott, na dann. Ich steig da mal los. Erstmal positionieren und gucken, was da abgeht. Hast du ne Stelle für mich? Gerade noch nicht. Bei mir sind Büsche, die Straße etwas weiter. Ja, Büsche sind etwas ungünstig. Oh, oh, vorsichtig, die Türmen sind Scharfschützen. Okay. Ich hole mir meine Ferngläser raus. Oh ja, stimmt. Ich sehe eine kleine Gruppe hier raus. Zweites Ziel da drüben. Ich erkenne in allen Türmen mindestens ein Scharfschützen. Das sind schwer, über das offene Lände ranzugehen. Ich könnte versuchen sie auszuschalten. Wir haben, warte mal, ich schau mal, ob ich auf die Entfernung, das wird eher weniger bei mir. Als erhöhte Position könnten wir allerhöchstens, wenn du durch den Fluss wartest und dann hinten den Berg einmal ein Stückchen hoch gehst. Auf der anderen Seite von dem Teil hier oder was, von dem Komplex. Genau. Aber das ist auch nicht viel höher als unsere jetzige Position. Dann kriege ich auch nicht die zwei Scharfschützen hier vorne in den befestigten Türmen. Dann könnte ich nur den ganz hinten ausschalten. Dann gehe ich auf die Straße etwas weiter runter. Komm zu mir hier. Es sind einige Büschen für leichte Deckung. Wo bist du überhaupt? Oben an der Straße war ich. Ich rücke jetzt ein Stück vor zu der nicht befestigten Straße in so einem Busch. Das ist der Stützpunkt der Unidad. Wir suchen nach dem Hauptmann, der mit Judy und Polito in Kontakt steht. Okay, wenn du der unbefestigten Straße folgst, dann ist da ein bisschen so ein kleiner Hügel zwischen den Bäumen. Also ich gehe... Die Scharfschützen sind als erstes auszuschalten. Das ist klar. Wo ist unser Sunny? Hattet ihr nicht auch einen Sniper? Ja, ich ähm... Könnte einen der Scharfschützen den ersten vorne links treffen. Ich habe den im zweiten befestigten Turm, den hinteren. Erwartet Schussbefehl. Ebenso. Na bitte. Okay, sehe den Unidad-Hauptmann. Wenn ihr bereit seid, feuerfrei. Meiner ist aufschluss bestätigt. Ich warte auf Stillstand. Ja. Und... Schuss. Tot. Sehr gut. Okay. Habe Ziel erfasst. Dritter Scharfschütze ist in Zielreichweite. Warte auf Schussbefehl. Schießen. Erledigt. Ich bin jetzt in einem kleinen Bach vor dem Gelände. Bestätige, bin hinter dem Sunny. Ich werbe jetzt den Bach. Okay. Ich hänge immer noch an der unbefestigten Straße in einem Busch, der genauso aussieht wie ich. Habe aber keine Möglichkeit mehr Feinde zu lokalisieren. Ich bräuchte eine andere Position. Einmal Achtung an euch beide. Ja. Wenn ihr über den Stein rüber klettert, dann seht ihr so ein, naja, aus Gitter und Beton und so gemauertes kleines Bauwerk. Ja, bestätige. Darin befindet sich ein Feind. Ja, bestätige. Sehe die Beine. Er blickt nicht in eure Richtung. Den solltet ihr ausschalten, bevor ihr an der Mauer langlauft. Er ist auch alleine und wird von niemandem gesehen. Ich habe vorhin einen Ping auf dem Radar gehabt. Hier als Meldung reinbekommen, dass der Hauptmann lokalisiert wurde. Wo befindet sich dieser? Zurzeit noch eine Hinsicht. Endo, ihre Position? Immer noch auf dem Hügel. Ich habe die Drohne rausgeholt. Ich schau mal kurz. Zurzeit schaut der Feind in eure Richtung. Um die Ecke, das erste Fenster. Da steht er davor. Okay. Er ist aber nach draußen. Er ist schwer gepanzert. Ja, wollte ich gerade bestätigen. Abschluss ist nicht direkt möglich. Dann warten. Das scheint mir auch kein richtiges Gebäude zu sagen, sondern nur eine Art Unterstand. Ja, kann ich bestätigen. Er hat sich umgedreht. Wenn man durch Fenster guckt, sieht man einen Einblick auf das gesamte Gelände. Dort sind Zivilisten auch. Also kann unser Garni... Also kann unser Garni... Moment. Er hat sich wieder zu euch umgedreht. Kann man irgendein definiertes Bewegungsmuster kennen? Negativ. Bist er nicht. Er ist wieder am Fenster. Melde Feind am Eingang. T-Rollfuck. Versteckt bleiben. Am Fenster. Er dreht sich noch nicht um. Kurzer Einwand gegen die Tötung. Da das... Da dieser Unterstand nach hinten ja auf ist, würde man die Leiche eher sehen. Bestätige dies. Allerdings befindet sich hinter ihm niemand. Niemand weit und breit. Okay, ich schau mal kurz mit der Throne über die Mauer. Ob sich zumindest in der Nähe jemand befindet. Zivilisten. Im Unterstand hinter ihm ist eine Unitat. Also im großen Unterstand. Ja. Er hat sich umgedreht. Ist jetzt am anderen Fenster. Also wenn ihr vorbei wollt, dann jetzt vorbei. Vorbei. Nicht unbedingt töten. Er schaut Richtung Eingang. Kommt jetzt zurück zu dem anderen Fenster. Ja, hab jetzt einen Seitenblick auf ihn. Tötung kann nicht garantiert mit einem Schuss gemacht werden. Ist Tötung gar nicht möglich? Nicht sicher. Wegen der Panzerung. Okay. Dann nur an ihm vorbeischleichen. Um den kümmern wir uns dann später. Okay. Aktuelle Position des gepasserten Gegners? Direkt vor meinem Fenster. Sicht in Richtung des Eingangs. Beim LKW. Ja. Jetzt nicht mehr. Anfrage. Haben wir irgendwo Zugang oder die Möglichkeit eines Zugangs zu einem Turm? Damit ich eine erhöhte Position einnehmen kann. Nicht außerhalb der Mauern. Mann. Schlecht. Der gepanzerte Gegner befindet sich noch immer mit Blick Richtung Eingang. Ich benötige einen Live-Check vom gepanzerten Gegner, dass ich hinter den LKW gehen kann. Wichtig ist das in Richtung. Er bewegt sich gerade. Er bewegt sich gerade. Aber... Einmal eure Position. Da. Vor dem Gebäude in den Büschen. Beim LKW. Beim Haupteingang. Wenn wir nach hinten zur Wasserseite gehen, dort ist ein Eingang, ein kleiner Seiteneingang. Der wäre wahrscheinlich besser als der Haupteingang. Okay. Er frage, was ist die Wasserseite? Dort, wo wir herbekommen sind, sehe ich mich an. Wenn du aufs Fort guckst, rechts herum. Also von dort, wo wir gekommen sind. Ja. Dann würde ich aber sagen, musst du noch warten. Der Gegner steht gerade an deiner Seite. In welche Richtung er schaut, kann ich nicht erkennen. Ich bestätige am Haupteingang eine einzelne Person. Sobald sie wieder sichtbar ist, könnte ich sie ausschalten. Ich setze kurz die Throne ein. Einzelne Person erschießen. Verstanden. Wir wollen es radiosieren. Okay. Von der Wasserseite aus ist auch ein erhöhtes Gebäude. Es ist nicht so hoch wie die Türme, aber es ist hoch genug, um Einsicht in das Wort zu haben. Wasser, Salz, also rechts am Stützpunkt vorbei. Ja. Verstanden, bin unterwegs. Bestätige. Bisher unbekannt, ob Feinde im Haus. Am besten, Wanva und Enno einmal auf Höhe von dem Silo-Tank, was auch immer, einmal sammeln. Verstanden, bin unterwegs. Bin beim Silo. Bin auch beim Silo. Seht ihr den Scharfschützen? Wenn... Wenn ihr... Wo ist ein Scharfschütze? Oder? Bin auf Position. Ich meine Weeper. Okay. Ähm... Ihr seht vor euch, wenn ihr um die Ecke guckt, noch so einen kleinen Flachbau, was auch immer. Ja. Positiv. Darin befindet sich ein Feind, der öfter zu euch schaut. Deshalb vorsichtig sein. Deshalb vorsichtig sein. Ist das nur ein Einzelner? Ja. Es ist nur einer darin, aber er wird von hinten an und zu gedeckt. Ja. Ich sehe gerade zwei Patrouille laufen. Ja. Ich benötige Live-Check der Person in dem Gebäude, um... zu schleichen. Ihr könnt bis zu dem roten Container vorschleichen. Ich würde noch mal kurz vor der Krone schauen. Ist hinter dem Container, hinter dem roten, bis zum Gebäude Möglichkeit zum Schleichen? Theoretisch ja, und nicht, wenn er in die Richtung schaut. Und jetzt dürfte er wieder drin sein, ja? Ja. Kann ich ihn ausschalten? Nein. Nein. Dohle fliegt. Ausschalten von dem Gegner wird wahrscheinlich auch nichts. Aber eine andere Idee. Hinter diesem befestigten Bau gibt es noch höhere Gebäude. Dort können sich der Schaufschütze vielleicht positionieren. Du meinst die Bäume an dem Fluss? Die Gebäude dahinter. Ja. Das ist das Gebäude, auf das ich abzielen möchte. Das ist das, was ich meinte. Wie sieht es wieder drin aus? Ähm, der Feind schaut immer noch zu euch, zu eurem Container. Ich habe Sichtkontakt zu ihm, aber ich kann halt nichts machen. Ist Schleichen in der Bauchlage möglich? Er wird auch angeguckt. Jetzt nicht mehr, aber er steht noch am Fenster. Er schaut immer noch nicht. Aber er geht auch nicht weg. Unser Schaufschütze riskiert was. Den Feind im Auge wagen. Ja. Hat er es im Auge? Ich springe. Er geht zum anderen Fenster. Ich schleiche in der Bauchlage. Es scheint richtig zu funktionieren. Er schaut Richtung Fluss. Das Fenster, wo er drin war, vorbei. Er befindet sich am nächsten Fenster, um die Ecke. Hier befindet sich ein Eingang zum Stützpunkt. Um zu dem Gebäude zu kommen, weiß ich nicht, ob hier... Oh, läuft da. Kann ich momentan nicht liefern. Die Drohne ist down. Ich setz meine Drohne an. Jetzt wieder ab. Jetzt ist es wieder ab. Ähm... Aktuell keiner hinter dem Tor. Ich würde mich gerne erst um den anderen kümmern, weil er jetzt gerade nicht gesichert wird. Also... Solltet ihr durchs Fenster die Möglichkeit haben, auf ihn zu schießen, dann jetzt. Das Problem ist, er ist schwer gepanzert. Er würde nicht mit einem Schuss das Ziel erledigen. In welchem Fenster ist er? Nicht im Fenster, er steht etwas vom Fenster entfernt. Kommt jetzt... Ja. Kommt jetzt zum Fenster zurück. Zum rechten Fenster bei uns. Nicht bei uns auf der Seite, um die Ecke. Gegenüberliegende Seite. Vielleicht... Ich würde vielleicht schon hier ausschießen. Wobei ich... Ja, sauber. Sauber. Sehr gut. Ähm... Ihr könntet jetzt an seine Position gehen. Durch die Tür und dort, wo er stand. Ich benötige Einsicht in das Gebäude vor mir. Im Moment ist es selten. Sammelt euch dort und... Verstanden, sind im Gebäude. Und sichert euch dort. Jetzt muss Reaper seine Position einnehmen. Ich muss Infos über den... Inhalt dieses Gebäudes vor mir haben. Ja. Setze kurz die Drohne ein. Wie sieht das draußen aus? Ähm... Also die untere Etage ist im Moment clear. Aber ich muss selbst dicht daran. Das war jetzt nicht cool. Ich musste einen Fight neutralisieren, der jetzt natürlich auf der Treppe liegt. Der kam direkt in der Tür vor mir raus. Ja. Ein ohne Dach soll... Da kommt hinter den Zelten entlang. Können nicht sicher gehen, dass er uns nichts sieht. Kann ich das Gebäude mitreten? Er... Er schleift zwischen den Zelten. Ihr könnt ihn, wenn er zu euch kommt, neutralisieren. Möchte ich gegen den Fight? Aber nicht... Nicht so... Nicht so... Nicht so... Von den Zelten. Hauptsache, ihr seht euch nicht. Zweite Etage ist clean. Ähm... Schwerer... Schwer gefasserte Gegner. Ganz schlechte Situation gerade. Sind gesichtet worden. Akkülle Position immer noch in dem Betongebäude. Gegen euch nicht. Jetzt gehen wir noch weiter hoch da. Von den Zelten nähern sich zwei Personen. Ich habe Dachposition erreicht. Okay. Jetzt kommt gleich einer um die Ecke. Vorderer in der Ecke. Jetzt. Erledigt. Nein, noch nicht. Jetzt. Erledigt. Zweite Person, gleiche Richtung. Verstanden. Er zögert. Achtet auf euer Feuer, da laufen Zivilisten rum. Er ist weggelaufen. Er ist hinter dem Zelten. Ja. Er... Er ist erledigt. Höhere links haben unsere Schritte. Sind meine Schritte. Okay. Zivilisten haben sich scheinbar wieder... Nein. Negativ. Haben sich nicht beruhigt. Nicht beruhigt. Aber es kommen, soweit ich sehen kann, keine weiteren Soldaten. Doch einer. Er ist auf der anderen Seite der Zelte. Geht allerdings in die falsche Richtung. Kommt gleich ein Aufricht zugelaufen. Ja. Jetzt beim Zelten. Erledigt. Zweite Person nähert sich. Da. Hat er Autoschüsse gemacht. Ich schlage einen Positionswechsel vor. Ja. Ähm... Ihr habt... Wenn ihr euch nach links wendet, habt ihr ein kleines Gebäude am Ende der Zelte. Mit der Antenne? Ja. Okay. Das Gebäude hat zwei Eingänge, aber dürfte clean sein. Ich gehe in den hinteren Eingang. Ich gehe in den vorderen. Sauber. Ich bin im Gebäude. Es befindet sich ein Gegner bei dem vorderen Eingang. Ja. Geht in Richtung Zelt. Sehe ich. Stone. Tango getroffen. Ziel Nummer 2 da. Kurzblind. Tango 5. Benötige... Äh... Verstärkung nähert sich von hinten. Wo ist von hinten? Wo ist der Eingang, wo wir reingekommen sind, von da aus nähert sich Verstärkung. Vorsicht. Mein Tango, es sind jetzt 10. Verstanden. Verfickte Scheiße! Feuer bei mir! Fünf Leute außerhalb. Auf Fluss. Haben wir das nicht heute verlassen? Fluss. Fluss. Mehr Leute. Hör sie. Zwei Leute im Fluss und es sind zwei... Ich behalte den Eingangsbereich von hinten. Um die 12 Personen bei mir. Okay. Der Tango ist 10. Sie bejagen sich gerade selbst in die Luft. Position enemiga lokalizada. Und es kommen mehr. Scheiße. Ich stehe unter direkten Feuer. Ich kann nichts machen. Position. Durch den Intereingang. Zweiter Eingang. Äh, zweite Person. Zweit. Zweiter Eingang. Äh, zweite Person. Zweit. Zweiter Eingang. Äh, zweite Person. Zweit. Zweiter Eingang. Zweit. Zweiter Eingang. Zweit. 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 in den bäumen dahinter das wird schwer okay vier leute am fluss zähle zwei leute es kommt noch mehr von plus sie sind insgesamt zu acht verstärkungsfahrzeuge werden sehe nicht weisung im gebäude komplex bleiben oder außerhalb es kommen insgesamt zu viele von hier wir sollten uns zurückziehen ich habe auch keine chance für meine munition sehen einen hubschrauber weiß nicht ob dieser gegnerlös ist im gebäude hinter mir auf der mit dem grünen metall da ist munition sichere den eingang wo genau moment ich habe keine munition gefunden ja wo sind sie in diesem gebäude links am maria schafft ihr beides durch den haupt eingang raus zu kommen sonst nehmt den heli ja sie gut aus auf der straße befinden sich gegner kannst du sie markieren es sind zu viele sie stehen ich habe ja ein gepanzertes fahrzeug mit bewaffnung wenn ihr schafft zieht euch zurück entweder mit den autos von denen oder mit dem helikopter ich bin ebenfalls dann schlage ich den helikopter äh wo bist du bei dem helikopter ebenfalls bewaffnet ok ich fliege auf welcher position ist er gewechselt ok zähle drei nein sechs fahrzeuge hinter uns wenn möglich dann wechselt auf den nächstgelegenen berg nicht auf der flussseite verstanden ich melde möglichkeit uns wieder in den stützpunkt einzuschleichen und uns einen Turm zu besetzen ich werde die möglichkeit erstmal rausflogen der flussseite ist der fluss ist der flusswerf wer der flusswerf das der flusswerf der flusswerf von denen erst abziehen lassen. Ich könnte den Turm betreten. Wenn im Moment noch den Dekoram einkam, der nicht befestigte Turm ist. Es ist einfach ein Stahlbeton, ich weiß schon, Stahlding hier. Wenn dort grad keiner ist, dann ja. Aber sicher dich am besten nach hinten ab. Ich wach da auf euch, wenn wir jetzt im Moment noch sind. Also sind wir wieder vorwärts? Ich... Ich schau mir einmal kurz die Straße an, wie es aussieht. Vorher waren 20 Leute im Wald, das hat dann wenig Sinn, wenn wir sich dort aufhalten. Es befinden sich immer noch sehr viele Feinde im Umland. Sie gehen rein, sammeln Infos über Okodos... Hat er schon schon zu dem... Also da sanität doch die Möglichkeit bei mir an dem... Ich weiß, was sie meinen. In deinen Balken Position zu nehmen. Ja. Für das Flussfeuer. Ich würde zumindest bis auf Fluss... Nähe vor. Ähm... Wenn ihr von eurer Seite aus... Auf das Fort guckt, dann... Rechts davon landen. Auf keinen Fall links davon. Mit Maschinenpistole. Ich seh noch einen Tank auf. Verstanden. Ich würde momentan noch nicht landen, sondern zumindest im Schwerpunkt bleiben. Ok. Vorsicht. Metzler. Es wird langsam schön dunkel in Höhe. Ich betrete jetzt den Turm. Äh... Sehe drei Gegner, die Rückseite reinge... Nein, vier. An der Seite, wo wir vorher waren? Ja. Ja. Ich kann nicht bestätigen, was für Arten Gegner es sind. Immer noch drei auf der Straße. Der Hafen ist sauber. Meine Position eingenommen im Turm. Ok. Welcher Turm? Der nicht befestigte Turm. Äh... Ah, ok. Ja. Sichtkontakt. Ich melde ebenfalls, unterhalb rechte Seite vom Turm befindet sich ein, äh, provisorischer Gefängnistrakt mit mehreren zivilen, beziehungsweise Rebellen drin. Die Möglichkeit zur Freilassung wäre gewährleistet. Ich denke keine gute Idee. Verstanden. Die würden zu viel Aufsehen erregen. Die Verstärkung von denen zieht nicht ab. Ja. Kann ich bestätigen. Sie befinden sich alle auf der anderen Seite des Forts. Ich habe von hier aus keine Schussmöglichkeit. Ich melde an, meine Speicherkarte meiner Kamera ist voll. Ich könnte schießen, aber... Ich weiß nicht, ob ich treffe aus der Entfernung. Ich könnte vielleicht noch ein Stück näher ran. Benötige Weisung. Moment, wo befindet ihr euch? Auch an dem provisorischen Turm? Nein, flussseitig abgewandt vom Forth. An dieser kleinen Landzunge. Okay. Wir dürfen noch in Hedion und X. Rechts von dem Forth befinde ich mich am Fluss. Im Schilfgras. Dort könntet ihr ein Stückchen weiter den Fluss rauf landen. Welche Position genau? Etwa... Noch ein Stück weiter... Ich melde die Möglichkeit... Dort könnt ihr landen. Ich melde die Möglichkeit den Strom auszuschalten. Ich könnte mich langsam vorschleichen. Ich müsste dafür allerdings beim Tod verlassen. Sie sind gelandet. Okay. Erstmal Position halten. Verstanden. Verstanden. Enno und Wanbar, ihr könnt zumindest bis zum Fluss vorrücken. Richtung Forth. Reaper, schaffst du es den Suchscheinwerfer auszuschalten? Negativ. Nicht ohne dass ich entdeckt werde. Ich habe aber die Möglichkeit wie gesagt den Stromgenerator auszuschalten unentdeckt. Dann würde ja alles im Problem gehen. Ich könnte versuchen den Suchscheinwerfer auszuschalten. Habe Schalldämpfer montiert. Ja, ebenso. Okay. Habe ich ebenfalls. Das Problem ist, dass dahinten Feinde sind. Die würden das mitbekommen. Okay. Das ist das Problem. Also sonst würde ich... Ich habe freies Schutzhändler auf den Suchscheinwerfer. Wie gesagt, ich könnte den Stromgenerator deaktivieren. Du bleibst oben im Turm. Ähm. Wo befinden sich Wanbar und Enno? Seid ihr noch am Fluss? Am Fluss. Noch Fluss. Seid ich. Ja. Schafft ihr es ohne vom Suchscheinwerfer entdeckt zu werden rüber zu kommen? Ja. Auf die andere Seite? Ich muss mich... Am besten ein bisschen weiter rechts eben. Das ist möglich. Etwa mittig. In die Richtung, in die wir gerade schauen. Da... Kommt das Suchscheinwerfer wohl nicht hin. Okay. Genau bei dem Turm befindet sich ein Eingang zum Vor. Ja. Seid ihr ihn? Dort befindet sich keine Person in der Nähe. Dort könnt ihr reingehen. Okay. Okay. Wir haben jetzt den Fluss. Wir befinden uns am Eingang. Okay. Starte Drohne. Befinde ich mich ebenfalls am Eingang. Ähm. Steep ist jetzt noch keine Gegner. Ihr könnt bis zu diesem abgewrackten Auto vorrücken. Ist der Turm oben frei für eine bessere Übersicht? Der Turm oben ist von unserem Sniperbesatz. Okay. Wenn ihr euch da befindet, wo ich jetzt gerade in diesem Turm bin, ist genau vor mir eine Wand hinter dem LKW. Okay. Dort befindet sich auf der rechten Seite ein kleines Gatter. Kleines was auch immer. Da ist der Stromgenerator drin. Diesen auszuschalten wäre ein großes Rapporteil. Danach sind die Jungs hier drin geblend. Da sollte nur einer vorrücken. Äh. Ich sehe seit geraumer Zeit auch keinen hierher patrouillieren. Der Weg scheint also frei zu sein. Soweit ich sehen kann auch. Könnte dementsprechend Geiseln befreien. Nicht tun. Sie würden zu viel Aufmachtungkeit auf sich ziehen. Ja. Anno wo befindest du dich? Na klar. Befinde mich bei dem Zivilisten. Okay. Ahm. Würdest du, obwohl ich jetzt hier geradecan war, geht schon. man war du siehst ja diesen eingezäunten bereich ja wenn du es schaffst vorsichtig da reinzukommen ohne viele geräusche zu machen dann wäre das großartig ja das scheint wirklich zu sein bestätige momentan nur einige unitat soldaten beim unterstand hinter dem hangar negativ ich habe hier mindestens strom wird ausgestattet in 321 sehr gut höhere aber reaktion einmal zurück zurück um die mauer es kommt im moment keiner auf dich zu aber lieber zurück ich werde einmal zu dem torm vorrücken ein und das soll da wahrscheinlich in einem dach zelte am hintereingang zum hintereingang nähern sich 1 2 3 4 5 6 7 personen sie betreten jetzt die zelte so verstanden die legen sie schlafen jetzt oder nie ja also enno und wanva ihr müsst einmal zum strom generator vorrücken an ihm vorbei befinden sich container ja dort hinter erst mal sammeln es befindet sich niemand in sichtweite die grünen container ja der sniper fordert eine zielperson markierung an damit er weiß wenn er nicht neutralisieren darf vorsichtig einmal verstecken hinter den containern nicht vor den containern bin noch nicht auf der seite der container sehr auf dem gebäude mit der antenne ein gegner ist positiv könnt ihr neutralisieren ist unsere zielperson es ist unsere zielperson nicht neutralisieren kein sichtkontakt mehr er befindet sich weiterhin auf dem dach seht ihr die person auch rücke zum container vor befinde mich hinter den containern kann meine deckung noch nicht verlassen der gegner hat mich noch immer im sichtfeld er hat sich umgedreht ihr könnt jetzt zu seinem haus hinweg gehen auf eurer seite befindet sich eine tür auf unserer seite befindet sich eine tür also das wollte ich schon immer hier ist eine ausrüstungskiste ähm bei den containern auf der seite befindet sich eine tür und nicht bei dem gebäude wo ihr jetzt seid sie sehen die tür bist du bei dem bist du bei bahnhof bin direkt hinter ihnen okay gut moment lasst die drohne vor ich habe sich kontakt zum zu unserem jungs nach jungs macht mal cheese wenn ich jetzt abdrück bist du hin lieber nicht kümmer dich um den einsatzsoldat erste etage ist keiner könnt rein erstes stockwerk melde immer noch tiefschlaf von unseren jungs hier er ist der stockwerk sauber moment ich schaue das zweite ihr solltet warten bis die zielperson an der tür vorbeigelaufen ist dann richtet sie die rücken zur tür dann kann man sie schneller packen ihr könnt ein stockwerk hochgehen und dort dann an der tür warten beziehungsweise so dass man von der tür aus euch nicht sehen kann das wird schwer aber wir werden es versuchen geht dann hier durch das fenster könnt ihr ihn theoretisch sehen negativ negativ momentan noch nicht hat seine position nicht verlassen er steht immer noch vorne vor dem vor der antenne telefoniert gerade soll man seine alte da in ruhe lassen und darüber marschieren habe den gegnern blick sex telefonate während der arbeitszeit unfassbar positiv sehen auch kommt schon lecker auf die hauptsache ist überzeugt aber er hat bestimmten sonderpreis dafür versuche das telefonat zu entschlüsseln ich glaube er versucht eine stadt in süddeutschland zu finden sieben buchstabe a ein zweites lass mich raten das ist die stadt wo es meistens am häufigsten brennt wie lange telefoniert er denn ansonsten könnt ihr euch auch da hinter ihnen ran schleichen können 12 seiten anschleichen ok anschleichen ok aber du bist zur ecke oder vollständiger zugriff zugriff empfehle ich auch der b strafungsmuskel wir müssen ihn verhören dann warum redest du nicht du hast doch gerade mit 9 live so viel telefoniert er werbt sich sehr glaube ich einen tango der aufmerksam ist bin ich nicht sicher er läuft gegen den tisch siehst du ihn dann noch also wenn er sich nicht verhören lässt dann im schlimmsten fall müssen wir ihn mitnehmen dann ist jemand aufmerksam geworden momentan noch nicht sehe ich nicht ich sehe halt ein fahrzeug wo wir ihn hätten rein stecken können das problem ist nur dieses fahrzeug befindet sich in sichtweite eines feindes könnten natürlich auch die fahrzeugen basis zu neutralisieren negativ zu viele gegner wir mussten den gleichen weg raus wie wir reingekommen sind mit dem das wäre ja kein problem bin jetzt im gebäude wann war am besten eskortieren das ganze zügig die jungs werden unruhig da unten die haben einen sehr freien schlaf sind unterwegs euer weg ist auch sicher im moment sind am probengelerator ja sollte das ungesehen schaffen sind am ausgang gut wir gehen gemeinsam zur straße und dann muss ich es wieder mit meinem gebrochenen spanisch versuchen wahrscheinlich nicht verstanden er hat mir irgendwas geprüft von Drecksack und du wirst sterben was der Kerber raus zu mir zu sagen hier versuch dein Glück siehörer die kommen hier was du willst melden guck mal hier du kannst ja reden ach guck mal da er kann ja auch gleich umbringen ich rede nicht krach ganz wie du willst aber bei sadistischen Fickern wie Jodie und Polito hängst du vielleicht als nächster an der Decke man kann ihnen nicht trauen wäre besser wenn ich sie aus deinem Leben streiche ich bin keine Ratte aber scheiße ja ich habe Angst aber sie sind gar nicht in Itaqua dann lock sie nach Itaqua sag du hättest ein Paket fertig oje Polito ich habe hier ein Lamp für dich und Borrego vale was war das? wahrscheinlich wieder nur irgendwelche Feuerwerksverbringungen die noch gehen Nomad wir wissen endlich wo Jodie und Polito sind die ISA hat das Navi des Wagens mit der Beschreibung des Gefangenen verglichen sie sind in einer Jagdhütte angeblich führen sie da auch ihre intensiven Befragungen durch schicken sie die Daten wir kümmern uns drum bringen sie sie unter die Erde und zwar so dass es weh tut oh mit größtem Vermögen das denke ich mir auch aber das werden wir erst in der nächsten Folge denn meine Speicherkarte ist wirklich langsam voll das war wohl die Andeutung dazu so in diesem Sinne wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder wenn es dann wieder heißt willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands im RP bis dann tschüss tschüss tschüss